Hepatitis B und C sind sehr ernstzunehmende Erkrankungen der Leber, die durch Viren übertragen werden. Es gibt unterschiedliche Varianten. Hepatitis B und C ähneln sich, es gibt aber auch wichtige Unterschiede. Beide Hepatitis-Formen werden durch Blut übertragen, zum Beispiel wenn bei medizinischen Eingriffen nicht sauber gearbeitet wird. Aber auch durch gebrauchte Spritzen beim Drogenkonsum oder verschmutzte Werkzeuge beim Tätowieren und Piercen. Hepatitis B wird außerdem über Körperflüssigkeiten übertragen, zum Beispiel beim ungeschützten Sex oder bei der Geburt von der Mutter auf ihr Kind. Das ist bei Hepatitis C seltener der Fall. Bei beiden Erkrankungen bemerkt man oft keine Symptome. Manchmal kann es zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Bauchschmerzen kommen, manchmal auch zu Gelbsucht. Das Gefährliche ist, dass die Infektionen nach vielen Jahren zu Leberzirrhose und Leberkrebs und damit zum Tod führen können. Daher sollte man sich auf Hepatitis testen lassen, wenn man eine Risikobegegnung hatte, auch wenn man sich nicht krank fühlt. Bei Hepatitis B prüft der Arzt oder die Ärztin, ob eine Behandlung mit Tabletten oder Spritzen nötig ist. Das heilt die Infektion zwar nicht, schützt aber vor den Folgeerkrankungen und vor Übertragung auf andere. Bei Hepatitis C führt eine Behandlung mit Tabletten über wenige Wochen fast immer zur Heilung. Schützen Sie sich vor einer Hepatitis-Erkrankung, indem Sie keine gebrauchten Spritzen benutzen, sich beim Sex mit einem Kondom schützen und kostenlose Testangebote wahrnehmen. Das Gute ist, gegen Hepatitis B gibt es eine sichere und wirksame Impfung. Das ist die Wette ist, gegen Hepatitis B gibt es eine sichere und wirksame Impfung. Die Wette ist, gegen Hepatitis B gibt es eine sichere und wirksame Impfung. Das ist die Wette ist, gegen Hepatitis B. Geist in der Wette ist ein. Vielen Dank.